Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich mein Duschlauchproblem gelöst habe. Hier seht ihr meine Dusche. Und das ist mein Duschlauch. Und an dem Duschlauch hängt kein Duschkopf mehr. Den habe ich entfernt. Jetzt dusche ich einfach nur noch mit dem Duschlauch. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.